Im Hause Schumacher kehrt leider keine Ruhe ein. Jetzt eskaliert die Situation so sehr, dass Cora Schumacher sich sogar komplett zurückzieht. Einst waren sie eine glückliche Familie, doch davon ist mittlerweile wirklich gar nichts mehr übrig. Vor allem nicht, seitdem sich Ralf Schumacher, 49, öffentlich geoutet hat. Vor einigen Wochen präsentierte er der Welt seinen Freund Etienne Busquett-Casagne. Danach knallte es öffentlich so richtig zwischen ihm und seiner Ex-Cora Schumacher, 47. Nachdem nun auch der gemeinsame Sohn David, 22, mitgemischt hat, ist die Situation so sehr eskaliert, dass die Blondine einen harten Schlussstrich ziehen muss. Cora Schumacher bekommt Morddrohungen. In dem Zoff geht um Untreue, Lügen, aber auch die Tatsache, ob Cora schon vorher von der Sexualität ihres Ex wusste oder nicht. Vor wenigen Tagen meldete sich schließlich auch David zu Wort, dem 22-Jährigen ist nach all den Vorwürfen endgültig der Kragen geplatzt. Ich wollte mich zu familiären Angelegenheit nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt, erklärt der sonst so zurückhaltende Rennfahrer bei Instagram. Meine Mutter hat leider, schon seit ich denken kann, mentale Probleme. Er berichtet von einem Nervenzusammenbruch seiner Mutter während eines Urlaubs und anderen prägenden Erlebnissen aus seiner Kindheit. Die Worte von David haben nun bittere Konsequenzen. Denn wie Cora jetzt bestätigt, bekommt sie seitdem schlimme Hassnachrichten, samt Morddrohungen. Bei Instagram erklärt die 47-Jährige, aufgrund der Hassnachrichten, die nach dem Statement meines Sohnes verstärkt aufkamen, darunter auch Morddrohungen und Aufforderungen zum Suizid, ziehe ich mich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurück und habe die Kommentarfunktion geschlossen. Diese Angriffe sind unerträglich. Ein radikaler Schlussstrich. Bleibt nur zu hoffen, dass dann wenigstens endlich Ruhe einkehrt.